Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call mit die beliebte Sendereihe. Früher war doch nicht alles so schlecht. Also wenn ich so zurückdenke, vor zwei, drei Jahren, da sind sie dir ja aufs Dach gestiegen, wenn du doch noch einen schönen Kamin dir in dein neues Haus einbauen wolltest. Wegen Feinstaub und so, wegen die Umwelt, die Ökologie. Aber die ist ja jetzt im Krieg schon zum Opfer gefallen. Oder der Ideologie, die wir damit verbinden. Jetzt haben wir ja wieder grüne Energie, also ich meine jetzt Kohlekraftwerke und auch Atomen. Die ersten laufen los und kaufen für den Winter Radiatoren. Das kommt bei Bauer Call nicht in eine Tüte. Einen schönen Kachelofen, mein Holz selbst im Wald gemacht und natürlich auch die ganzen Reste immer kleingesägt. Und wir denken immer hier auf dem Land, wir machen das falsch und wir müssen in eine Ballungszentrale. Nee, nee, nee. In Hamburg, da gibt es keinen Revierförster, wo du dir Kaminholz holen kannst. Frag Bauer Call, der weiß das. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick. Niekum laisser direct dazu. Ver Key guilty. Steu auf's. Willen. Willen. crimes. Willen. 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 Vielen Dank.